So. Dann gucke ich hier selber nochmal rein. Ich weiß echt nicht mal, wo das war. Das wird echt ein Graus, das zu finden. Da haben wir das nur zwei Stunden gemacht. Warte mal, ich gucke mal. Vielleicht habe ich es doch schon gefunden. Moment. Ah, ich habe es doch schon. Nice. So, wartet mal, Freunde. Dann das. Dann das. So, wartet mal, Freunde. Tch. So, da wir das ja dann auch quasi wieder jetzt mit... ...ein Overlay machen, mache ich da auch mal... ...die Alerts aus. Und natürlich auch die Top-List. Denn ihr wisst, ich werde das mal ausprobieren, wie das so ist. Wie sich das auf YouTube macht. Und ich sehe da... ...links noch so ein bisschen... So. Lassen wir mal so, ist besser. Hoffe ich. Jetzt ist diese Kante auch weg. Das ist nämlich der Fensterrahmen. Fensterrahmen. Und dann muss ich natürlich noch... ...ein... ...anderes Spiel anmachen. Und zwar... ...haben wir ja jetzt schon besprochen. Machen wir das an. Einerrunde Uzo. Das war's. So, das Manuel ist dann auch gleich da. Ich hoffe, ihr habt Sound. Back to business. Und heute Abend werden wir natürlich dann wieder... Hier, Walker. Dann gehen wir. Wir gehen. Woher zu jetzt? Bevor die Wurzeln hat, Konrad hat einen Bezug auf. Woher konnte er Dubai sehen. Woher kann er Dubai sehen. Da. 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 Wechsle ich dann nochmal die Waffen. Mal gucken wie ich die Waffen wechsle. Okay. Ah. Wir haben ja hier noch. Sechs Schüsse haben wir da nur noch. Das war's! Ja! 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 Zwei gegen den Rest der Welt und Handel von Miss Mano! No ammo left whatsoever so kind of on a scout ahead and dirt the area first before adding on und nun ja spec of the lane also immer noch ein game of the year 2012 glaube ich den kapitel spielpreis den deutschen auch bekommen weiß nicht genau wieso der tiering ist und nun kommt und dann kommt und dann kommt und dann kommt Der Kind hat eine Sprache, Kapitän. Name ist Sergeant Lugo, und er hat einen Punkt. Wirklich? Also, wo ist Agent Gould? Er, er... er hat es nicht gemacht. Ich glaube, du kannst nicht alle, oder? Ich würde sagen, dass du hier nur einen. Typisch kompanie blöde. Willst du mich hören, bevor du mich schraubst? Hast du ein Plan, um zu töten alle, die du sehen? Natürlich haben wir ein Plan. Komm schon, Agent. Was ist dein Ziel? Über 400 Meter von hier ist die Stadt der Hauptbahnfahrt. Wir waren in Routen, als wir gebeten sind. Meine Aufgabe, Kapitän, ist, um zu holen Wasser zu holen, und den ganzen 33. Du denkst wirklich, dass Wasser die Schlage ist? Wir sind in der Dessert, Junge. Wasser ist die Schlage für alles. Scheiße. Frag auf! Geh auf! Ich kann nicht sehen! Just bleiben! Ich habe ein Bild. Oh mein Gott! Oh! Come on, you're slowing me down. Here they come, boys. Open fire. Conrad has internalized these sentiments, and they may now constitute a crucial component of his psyche. It is believed that as Conrad comes under fire for failures in Afghanistan, he will likely go to extreme lengths to internally fortify belief in his reputation. Conrad will begin looking outward to explain his failures while nursing a growing paranoia towards superiors. It is unknown how Conrad's declining mental faculties will hold up in the face of another public failure. Yes, Devon, I have played any Medal of Honor. Basically, like the first ones, like the real old ones, like Pacific Assault and stuff like that, and like the newest one, which was based in a modern setting. I really like that one. It was really good. Where are all those guys? I don't see them. Oh, fuck. Oh, there they are. Is that all of them? I don't think that's all of them, guys. I really don't. Yeah, you do. Keep distracted for me. I'm on the way. What? He just took the shot to the head. Or like the, uh... Oh, that's my dude. I didn't know. I did not know that it was him. So I shot him. A couple of times. Oh, God damn it! Hey, enemy in the open! Take him down! I'll take a beat now! Hostile is down! Watch your ass! Heavy moving! Fire! We're out! Reload it! Sticking grenade up! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR